hallo und herzlich willkommen zurück zu force of nature 2 ghostkeeper so ich habe die letzte brücke hier schon repariert und habe auch hier das plateau schon aufgedeckt war jetzt nicht so spannend deswegen habe ich euch nicht leichter zugeholt sondern ich habe kommen ich räume das mal weg die paar goblins orks wort er war da rumgelaufen ist habe ich mal schnell weggemacht so jetzt wollen wir hier aber zu der höhle schauen wir da mal rein ich bin jetzt sehr gespannt was an der höhle los ist das knirschen im schnee ist super gefällt mir immer noch sehr gut pushen wir mal gerade noch ein bisschen unser leben also dann sind wir mal sehr sehr gespannt was jetzt hier drin los ist höhle 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 oha okay kann man das da abbauen tatsächlich aber das zeug gibt nichts ne schade aber sehen echt cool aus kalter kristall ah das sind die blauen hier okay ja dann nehmen wir gleich mal was mit hätte ich gesagt oder wenn wir schon mal hier sind so dankeschön ja nice 20 sogar mal kommen wir dann nehme ich den rest hier noch schnell mit schon keine muni wieder hier auf dem muni platz okay die hunde sehen ja auch echt cool aus und der sound ist echt cool so dann haben wir wenigstens mal ein paar im sack also nicht so schlecht ne so oh du lebst ja noch tschuldigung krass eingepackt auch ne bernstein verlieren die jungs okay nein du wolltest solltest das schwert nehmen du hirn okay kurz ein bisschen hektisch hier aber erst mal hier ein bisschen energie tanken noch ein kleines picknick im eis geht schon ne sehr gut okay so kristall splitter na bauzi ach schwert ist schon echt verdammt schnell das muss man schon sagen kommen wir da jetzt nicht durch wahren wir uns mal den weg hier oh wir haben den letzten das ist ja bitter wir haben den letzten guten kuchen da aufgegessen der früchte kuchen naja gut müssen mal gucken weil ich habe schon ein bisschen gulasch vorbereitet allerdings immer so ich dachte so für den boss mob oder so wäre es ganz gut aber ich glaube wir haben mittlerweile recht viel fleisch dass wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen gulasch nachkraften könnten mann 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 ganz schöne prügeler hier ganz schön groß hier an äh 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 Die verlieren aber auch ganz schön viel Zeug. So, pimpen wir mal das Leben wieder ein bisschen. Ah, schön, aber kalter Kristall. Gut, Obsidianen haben sie das noch nicht gefunden. Bin ich mal gespannt, wo wir das entdecken werden. Ah, die Brötchen rocken es halt echt nicht, ne? Aber ich dachte, ich mache sie halt mal leer. Ich meine, was weg ist, ist weg, ne? Wird ja sonst nur schlecht, wenn es im Schrank rumliegt. Das wollen wir ja nicht so. Gut, weiter geht's. Es gibt hier auf jeden Fall Unmengen von den Kristallen, ne? Das muss man schon sagen. Das muss man schon sagen. Ah, nicht genug Mana, so ein Ärger hier. Ah, sehr gut. Alter, was? Wie groß ist denn das hier, bitte? Brutal. So, geil, da waren Rubinen dabei. Oh, wenn wir es so weiter machen, machen wir den Rucksack hier unten voll, war. Echt krass. Oh, schön. Da geht es auch noch um den Gang. Ei, 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 ei. Man läuft bestimmt einmal im Kreis, war. Komm, das machen wir auch. Oh. Oh. Gut, dann buddeln wir uns weiter durch So, wo ist denn hier so eine Feiglinge hin? Hallo! Feigling! Dankeschön! 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 Jo, so! Wir geben echt alles in die Höhle! Oh, ist das eine Sackgasse? Okay! Puh! Sag ich nur, ne? Ja, dann gehen wir mal zurück und machen jetzt hier sukzessive die ganzen Seitenarme! Na, na! Hey! Uh! Uh! Huh! Huh! Uh! Huh? Komm, bleib stehen. Komm, bleib stehen. Was für eine Schlägerei hier, da. Ja, ich würde sagen, Ausdauer geht mit dem Essen echt fix. Sehr geil. Sehr witzig, ne? Sehr witzig, du Freak. So, okay. Den Seiten am Hammer. Alter, wie viel blauer Kristall gibt's denn hier, bitte? Übel. Hey, da kannst du ja zu Tode sammeln, du. Braucht man überhaupt so viel, frage ich mich. So, nächster Seiten am Hammer. Okay. Ganze Hundeschar hier, Wahnsinn, ey. Übel, oder? Echt übel, oder? Also, dass man hier nochmal ein Level macht, ist mir klar. Muss ja so sein. Ey, jetzt entspannt euch alle mal kurz. Komm, Hundi, Hundi. Ey. Nein, dann sind die guten Brötchen auch schon alle. Eieieiei. Okay. Er, was macht er? Er macht nur Scheiß. Ja, komm, Hundi, Hundi. So, mal gerade ein bisschen Ausdauer hier aufladen. So, vier Eier noch. Das heißt, wir müssen gleich mal was zu futtern holen. Da können wir natürlich auch mal gucken. Das würde ich dann aber wiederum Outtake machen, dass wir vielleicht noch einen Teleporter hier runterholen. Wenn es hier unten so riesig ist, da kommt man ja drum rum, ne? Ja, da kommen wir nicht drum rum. Alter, du Arschloch. Okay. Da wir letztes Mal die Folge so bezogen haben, machen wir diesmal eine bisschen kürzere Folge, hätte ich mir gedacht. Und ich würde dann aber zur nächsten Folge schon mal den Teleporter hier runterziehen. Dann haben wir den schon mal hier unten. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Hat mich sehr gefreut. Bleibt mir alle gesund. Bis gleich. Ciao.